Hallo zusammen, hier ist wieder Oetula und heute bin ich hier der Föhrchen Battlefest unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder um ein Toy aus dem Arati-Hochland. Und zwar habe ich jetzt eben hier ein kleines Toy bekommen, den magischen Spatstein. Und den gab es von Raoul2Stein und der befindet sich hier unten bei den Koordinaten 42, 56. Und ja, ich würde sagen, wir setzen das Ding einmal ein und schauen mal, was es macht. Hier haben wir es. Magischer Spatstein. Ich habe jetzt insgesamt vier von den Toys, die es hier gibt. Und ihr seht, das sind noch einen Haufen mehr. Mit diesem Steinchen können wir quasi auf einen anderen Spieler das schmeißen. Und der sollte das anscheinend automatisch wieder zurückschmeißen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen anderen Spieler finden. Vielleicht da unten beim Hof, da sind nämlich immer relativ viele. Weil es da auch eine Quest gibt. Mal gucken, ob wir irgendeinen auftun. Ah, schau mal an, da haben wir doch einen. Jetzt gucke ich mal, was das Ding dann genau macht. Die sind zwar jetzt alle im Combat. So. Zack, da fliegt es. Und es fliegt wieder zurück. Das ist alles, was das Ding macht. Ja, 30 Sekunden Abklingzeit. Ähm, ja. Ob man das jetzt unbedingt braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Kann das vielleicht, wenn ein Raid langweilig ist, gerade irgendwie Pause oder so, das ein bisschen hinterher schmeißen. Einen sonderlich großen Nutzen hat es natürlich jetzt leider nicht. Aber es ist wieder ein Toy mehr. Und es wird sicher auch wieder Max Toy Achievements geben, wo es irgendwelche Mountpads oder sowas gibt. Also kann sich das schon lohnen, sich den zu holen. Ja. Das war es auch schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dann. Und ciao.